Hallo. Hallo. Ich komm nur um den Schlüssel. Ja. Ist alles in Ordnung? Ja. Den Rollstuhl hab ich im Verbot gemacht. Nein, nein. Ich hab nur genug, mich wie ein halber Mensch zu fühlen, und das ewige Sitzen schadet meinem Körper. Ich mag ihn gerne strafen. Spielen Sie gern? Ja, ja. Ich auch. An den Partieschach nicht verzählt? Nein, nein. Ja, ich hoffe mal.